Er trinkt morgens Kaffee. Er trinkt morgens Kaffee. Ich bin ein Fan abstrakter Kunst. Ich bin ein Fan abstrakter Kunst. Kann ich zur Groove-Musik-App Schaltfläche navigieren? Kann ich zur Groove-Musik-App Schaltfläche navigieren? Sollte früher spielen. Sollte früher spielen. Werden wir in zwei Tagen weinen? Werden wir in zwei Tagen weinen? Ich muss in die Schule gehen. Ich muss in die Schule gehen. War sein Onkel Potter? War sein Onkel Potter? Er schrieb ein Gedicht für seine Klasse. Er schrieb ein Gedicht für seine Klasse. Bis später Bis später Sind ihre Verwandten kranken Schwestern? Sind ihre Verwandten kranken Schwestern? Warum setzen wir uns nicht hin? Warum setzen wir uns nicht hin? Sandwich wäre toll. Sandwich wäre toll. Waren sie schon einmal in Disneyland? Waren sie schon einmal in Disneyland? Er kümmert sich um seine Pflanzen. Er kümmert sich um seine Pflanzen. Anni hat sich auch erkältet. Anni hat sich auch erkältet. Er hat nicht jedes Jahr gewonnen. Er hat nicht jedes Jahr gewonnen. Ihre Stiefschwester war Inspektorin. Ihre Stiefschwester war Inspektorin. Waren sie letztes Jahr Handwerker? Waren sie letztes Jahr Handwerker? Wie bereits erwähnt Wie bereits erwähnt Hier ist dein Kaffee Hier ist dein Kaffee Ist ihr Nachbar ein Gynäkologe? Ist ihr Nachbar ein Gynäkologe? Im Garten blüten Blumen Im Garten blüten Blumen Vielen Dank für ihren Einkauf bei uns Vielen Dank für ihren Einkauf bei uns Normalerweise fährt er mit dem Bus zur Arbeit Normalerweise fährt er mit dem Bus zur Arbeit Die Busfahrt war sehr malerisch Die Busfahrt war sehr malerisch Können sie das bitte überprüfen, wenn möglich? Können sie das bitte überprüfen, wenn möglich? Dann ist es vielleicht nicht sprachlich Dann ist es vielleicht nicht sprachlich Ich möchte fernsehen Ich möchte fernsehen Er trägt nie einen Hut Er trägt nie einen Hut War mein Sohn Masseur? War mein Sohn Masseur? Ich habe vor, einen Yoga-Kurs zu besuchen Ich habe vor, einen Yoga-Kurs zu besuchen Von Zeit zu Zeit lernen Von Zeit zu Zeit lernen Ihre Stieftochter war die Jury Ihre Stieftochter war die Jury Wir werden um 8 Uhr im Kino sein Wir werden um 8 Uhr im Kino sein Seine Schwester war Erfinderin Seine Schwester war Erfinderin Wir wollen nicht zu spät kommen Wir wollen nicht zu spät kommen Wir hören Musik Wir hören Musik Es macht mir Spaß, neue Rezepte zuzubereiten Es macht mir Spaß, neue Rezepte zuzubereiten Wir haben ein Fußballspiel im Fernsehen gesehen Wir haben ein Fußballspiel im Fernsehen gesehen Sie sind miteinander verwandt Sie sind miteinander verwandt Sie spielen jeden Abend Brettspiele Sie spielen jeden Abend Brettspiele War er damals Feuerwehrmann? War er damals Feuerwehrmann? Er hat seine Brieftasche verloren Er hat seine Brieftasche verloren Ich muss einen Operationstermin vereinbaren Ich muss einen Operationstermin vereinbaren Marys Lieblingsfarbe ist blau Marys Lieblingsfarbe ist blau Ich gehe in den Nachtclub Ich gehe in den Nachtclub Geht nicht weiter Geht nicht weiter Bin ich nicht der Berater des Jahrzehnts? Bin ich nicht der Berater des Jahrzehnts? Wir haben diesen Film schon einmal gesehen Wir haben diesen Film schon einmal gesehen Kann ich zur Action Center Schaltfläche gehen? Kann ich zur Action Center Schaltfläche gehen? Es ist so hell hier drin Es ist so hell hier drin Seine Geschwister sind Übersetzer Seine Geschwister sind Übersetzer Wer würde einen so großen Fehler machen? Wer würde einen so großen Fehler machen? Ich bin mir nicht sicher Ob ich das schaffe Aber ich werde es versuchen Kennen Sie die neue Richtlinie? Kennen Sie die neue Richtlinie? Hat er nicht überlebt? Hat er nicht überlebt? Beide Seiten haben gültige Punkte Beide Seiten haben gültige Punkte Waren meine Verwandten Babysitter? Waren meine Verwandten Babysitter? Die Kriminalitätsrate sank Die Kriminalitätsrate sank Du solltest nicht urteilen Du solltest nicht urteilen John hat ein Foto gemacht John hat ein Foto gemacht Das Haus ist unbeschreiblich Das Haus ist unbeschreiblich Ich bin sicher, dass Sie das Spiel gewinnen werden Ich bin sicher, dass Sie das Spiel gewinnen werden Bis bald Bis bald Bis bald Ich werde Obst statt Kuchen essen Ich werde Obst statt Kuchen essen Kann er nicht die Schuld geben? Kann er nicht die Schuld geben? Mein Klassenkamerad spielt gern Fußball Mein Klassenkamerad spielt gern Fußball Wo ist die nächste Toilette? Wo ist die nächste Toilette? Wir haben bisher große Fortschritte gemacht Wir haben bisher große Fortschritte gemacht Sie werden es am Mittag nicht merken Sie werden es am Mittag nicht merken Meine Geduld ist gleich Null Meine Geduld ist gleich Null Die Farbe meines Autos ist gelb Die Farbe meines Autos ist gelb Ich muss für die Mathe Prüfung lernen Ich muss für die Mathe Prüfung lernen Wie alt ist dein Großvater? Wie alt ist dein Großvater? Hast du das Geld? Hast du das Geld? Ich habe so viel Glück Ich habe so viel Glück Mir fällt nichts Ungewöhnliches auf Mir fällt nichts Ungewöhnliches auf Dann sind wir keine Stewardessen Dann sind wir keine Stewardessen Bitte schließe die Tür Bitte schließe die Tür Er lernt Gitarre spielen Er lernt Gitarre spielen Sein Stiefsohn war Verkäufer Sein Stiefsohn war Verkäufer Grundsätzlich können wir keine Beratung anbieten Grundsätzlich können wir keine Beratung anbieten Sein Nachbar ist Hämatologe Sein Nachbar ist Hämatologe Es sieht wirklich schön aus Es sieht wirklich schön aus Wann bist du angekommen? Wann bist du angekommen? Können sie immer neugierig sein? Können sie immer neugierig sein? Ja, es ist sehr entspannend Ja, es ist sehr entspannend Zerstört es nicht im Morgengrauen? Zerstört es nicht im Morgengrauen? Konnte im Morgengrauen nicht nachdenken Konnte im Morgengrauen nicht nachdenken Dieses Brettspiel erfordert Strategie Dieses Brettspiel erfordert Strategie Kann ich zu einem Berater gehen? Kann ich zu einem Berater gehen? Mein Stiefvater war Draper Mein Stiefvater war Draper Ich denke nicht so schnell wie du Ich denke nicht so schnell wie du Ich habe heute viel zu tun Ich habe heute viel zu tun Wir müssen besser sein Wir müssen besser sein Es sagt nicht viel aus Es sagt nicht viel aus Er hat ein Vermögen geerbt Er hat ein Vermögen geerbt Der Temperaturabfall führte zu einem Anstieg der Nachfrage nach Heizöl Der Temperaturabfall führte zu einem Anstieg der Nachfrage nach Heizöl Machen wir nicht einen Schritt Machen wir nicht einen Schritt Er hätte früher eine Beziehung aufgebaut Er hätte früher eine Beziehung aufgebaut Dielen 會 Dicester Dich 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 Dich